Weiß einer, wie lange das Spiel ungefähr insgesamt geht? Auf jeden Fall sind wir richtig. Hier ist eine Akte. Da wo Akten sind, sind wir auf jeden Fall richtig. Mit der Bleist auf die Rückseite eines Aufnahmwunders geschrieben. Handschrift, gleich Schriftstücken des Patienten, Vater Martin, Aschim, Brot. Dieser Gott ist real. Es wäre so lange für geister Gespenste Wahnsinn hielten, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig, dies ist das Geschenk des Walwiders. Das Evangelium des Sands, die größte Sünde der Welt, besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die kleinen Strafe zu hart ist. Okay, mal sehen, was jetzt hier ist. Wir haben den nächsten Abschnitt gespeichert. Zwischen 5 und 8 Stunden? Wieviel sollen denn da noch kommen? Oh nein. Die Wetten hier sind auch wieder Gegner. Oh, tot. 6 und 8 Stunden? Ich bin gerade mal bei 1 Stunde 45. Ähm, wo sollen wir denn Ventile abdrehen? Hier gibt es ja gar keinen Durchgang. Ihr seht mich doch, oder? Ihr seht mich nicht. Dann geht es nicht lang. Jetzt nur da lang? Hallo Game, äh, mein YouTuber. War es 28 Mal durchgespielt? Hier kommt der Dicke nicht durch. Ja, Oliver, habe ich Tatsache? Nein! 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 Hallo! 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 Ich muss mich fragen, wo der jetzt weiter her ist. Ja, Tatsache habe ich Tatsache, ich habe damals das Spiel, was Conny mir gekauft hat für 1,99 Euro 1,99 Euro Ich weiß gar nicht mehr, dieses Horrorgame, dieses andere Horrorgame, Clay, das habe ich an einem Abend durchgespielt. Hä? Warte mal, wie ist der Fette hier hingekommen? Auf Normal-Team, natürlich. Ja, ich weiß, dass das relativ am Anfang ist. Ich weiß gerade, ne? Okay, hier ist also schon mal nichts. Warte mal, kommt wieder. Die Frage ist jetzt, wo das zweite, das zweite Ventil ist. Ist das jetzt links davon oder rechts? Eine. Eine, das heißt aber, ich bin hier gerade rechts gegangen, da ist keiner. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich links gehen. Wir warten jetzt, bis der Fette mal weg ist. Das heißt, ich bin hier und ich weiß, da ist alles. Ne, da ist nix. Äh, warum kommen wir denn hier nicht durch, oder? Ich habe gerade die Errungenschaft durchgespielt bekommen. Ich habe die Errungenschaft durchgespielt bekommen. Ja, ich habe das Spiel wohl durchgespielt jetzt. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun muss, oder? Ist der Fette hier unten auch noch? Ist das jetzt hier so richtig, dass wir hier hochgehen? Bestimmt. Das ist bestimmt richtig. Die schreien hier alle. Okay. Ich dachte, echt, wir wären jetzt schon voll weit im Game und war schon voll stolz. Tötet der mich? Ähm. Da ist ne Tür, weil da geht's nicht weiter. Da ist noch irgendwo ne Batterie? Da sieht nichts so aus. Ja, denen geht's allen gut. Sehr gut sogar. Aber, Timmy, du hast den Anfang verpasst. Ich bin total enttäuscht. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Zum Female oder zum... Okay, da ist ein bisschen sexistisch, ne? Dass Female Rot ist, ist ja sehr gut. Ähm, hallo? Schon nicht kennenzulernen? Jetzt ist ein bisschen die Frage. Ich wollte jetzt nicht durch die Tür gehen. Ja, das ist mir klar, deswegen fiel mir das... Also, ich weiß nicht, sollen wir jetzt hier lang gehen und durch die Tür? Was ist jetzt der richtige Weg? Aber ich glaube, die Tür, das hört sich nicht gut an. Würde ich es einfach mal behaupten. Nein, hier sind Kisten. Nein, hier sind Kisten. Wenn die Kisten sind, kommt nachher wieder der Idiot. Oh mein Gott. Sollen wir mal die Batterien wechseln jetzt? Wir spielen zum Glück auf Normal und haben ein paar Batterien. Ich glaube, auch schwer darf man sich, äh, nicht leisten, Batterien zu verschwenden. Ich sehe nix. Und ich höre aber was. Ich habe... Alles klar, ciao, danke fürs Zusehen und für die Aktivität im Chat. Und ich habe... Es wird immer lauter. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, meine Batterien gehen, Lea. Ist das deine Tür? Ja? 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 Ich glaube, nicht für... Geschafft. Oh Gott.